Diese Region ist mein Zuhause. In Springe bin ich aufgewachsen und in Wendigsen zur Schule gegangen. In Ronnenberg habe ich mein Abitur absolviert und in Hemming habe ich einen großen Teil meiner Freizeit verbracht. Politik lebt von Engagement. Darum habe ich mich 2016 entschieden in die SPD einzutreten, da ich wirklich etwas für meine Mitmenschen erreichen wollte. Seitdem ist vieles passiert. Nach beruflichen Stationen, in der Produktion und im Service habe ich 2016 mein Studium der Politik und Rechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover aufgenommen. Gleichzeitig ist in der Partei auch viel passiert. Ich bin Parteivorsitzender geworden 2019, 2021, im Stadtrat gewählt worden und ins Regionsparlament. Schon heute befasse ich mich mit den wichtigen Investitionen in die Zukunft. Ich weiß, wo der Schuh drückt und möchte mich genau für diese Projekte auch auf Landesebene einsetzen. Wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Schulen und wir brauchen Feuerwehr und eben diese müssen finanziert werden. Erfolgreiche Kommunalpolitik kann nur mit den richtigen Rahmenbedingungen auf Landesebene gestaltet werden. Mir ist es wichtig, die Herausforderung anzugehen und eben nicht nur zu debattieren. Ich möchte für Sie aktiv im Wahlkreis sein, ansprechbar sein, jederzeit und gemeinsam mit Ihnen die Themen angehen, die vor uns liegen. Wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Ich bin Brian Bartsch und ich möchte für Sie diesen Wahlkreis gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.